ARD Text im Auftrag von Funk 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 Also, falls ihr gerade diesen Stream guckt, nur ich denke, wow, ich glaube, das sind ja tolle Menschen, ich soll dich abonnieren. Shanna kommt, Shanna kommt, die hat Movement Speed hoch. Bro, ich habe irgendwann, ich habe 99% Movement Slow, ich mache die weg. Da, Achtung, hier, da, easy, auf sie mit Gebrüll. Ich bin der Nasus der Support-Grüfte, Junge. Oh mein Gott, oh mein Gott, Bomber, Bomber, Bomber. Und er kann nicht weg. Ah, er kann weg. Oh, nee, komm, nein, ich sterbe. Ich wollte es gerade ulten, aber ich habe irgendwie nicht geultet. Ja, Bank habe ich gemerkt, ne? Sehr schön. Ey, jetzt laufen wir gleich in den Pilz, rein, Trust. Okay, Drake. Oh nein, Junge, der Akrobaten-Barster. Ich habe deine Puppe gebombt, das geht? Oder? Haben wir den in uns gebounced? Oh, ich habe den in die Puppe gebounced, Junge. Ey, die Arme, ey. Kobe-Zillion, Junge. Okay, okay, wir gehen, Drake. Bin sehr stolz auf dich, Sassus. Ich freue mich sehr. Ticker, die schläft, Junge, die schläft richtig. Mach sie weg. Ja. Ja, wir haben einfach die Team-Dirke. Die hat, die hat mehr Attack-Speak. Oh mein Gott, Sauer. Also da unten kann ich dich nicht ulten. Dafür wollte ich, Snowden-Cold. Ähm, die Ulte. Äh, welche wollte ich nicht stehen? Ich glaube, ich gehe hier maybe down. Ich muss noch kurz meditaten. Oh, Chin. Äh, wieso? Wo geht's doch hin? Oh mein Gott, du hast das überlebt. Du hast das schon mit dem Deck los. Alter, dass ich das überlebt hab, Junge. Rabadons, ja oder nein? Ja, Baradons. Was? Kameradons, ich jetzt. Ja, du, Banyo. Ja, klar, oder? Silien, Rabadons. Die machen gerade Baron, glaube ich, das, oder? Ja, es ist doch gerade so peak, dass du auf dieser Runde hier zu short-tagst. Ja, sei nichts dagegen, ne? Ey, die machen das wirklich! Das wissen wir alle. Okay, ich hab' nicht gegen mich. Ich kann nicht nur Leute auf Training, wenn ich. Wollen wir das plane los? China, hier oben, China, hier oben. Ich bin, ich kann nichts machen. Ich bin gleich tot, jedes Mal. Jungs, ich möchte nicht meinen zweiten Tod. Nein! Weil mir dauert es halt noch einen kleinen Schritt, ne? Ich hab' immer auf's fahren. Jetzt bin ich da. Yo, 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 was hat der für'n Hass auf mich? Sehr großen. Was, wieso bin ich denn direkt? Ich halt' nichts aus. Komm, hol' ich Woli. Dann kann der wenigstens nicht mehr verändern. Oder, wenn ich im Stilip... Ich hab' hier erst weg. Katelyn, du stinkst, du stinkst, Katelyn. Komm, stirb. Nein. Ja, ich hab's gesehen. Wollt ihr noch mal back gehen und euch heilen? Nö. Bevor wir jetzt gleich zum Greg laufen? Ne, ich mach gleich Level-Up hier auf Sussex. Bereite einfach Dings mal vor, Drake. Oh, scheiß, Jünges Krach. Jungen, wir klachen für mich schon die ganze Zeit. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin egal. Was war das? Ich war voll greedy auf Senna, Mann. Aber wir haben den Bericht doch gesehen. Ey, Alter, 2.000 Leben, ey Junge, wir kommen. Ich bin voll. Ich muss noch ein Suwaka spielen. Damit ich im Bani nie mal jam kann. Ja, Jett ist tot. Jett ist ein Loser. Nein, Jett ist ein Loser. Wie sie? Ja, ich hab' Timo. Kann man dann schon wieder aufpassen. Geil, der Smile wird nicht gebleibelt. Sehr schön. Oh Gott, das ist inkredible, Alter. Ich hol' mir jetzt auf. Wie du willst du doch aufnehmen sollen, Bani? Ähm, darf man das verraten, was ich seit 42 Minuten tue? Sehr gut, wichtig. Wichtig. Alter, kannst du bitte schreiben, dass ich geistlich eingeschränkt bin in dieser Runde? Ey, wir boykottieren Junos Stream. Komm doch her, Jenna, Alter. Oh, oh, guck mal, wer hier ist. Lass mich, Jenna, Alter. Ne, ich geh' erst mal die andere. Ah! Ciao euch. Okay, sehr schön, sehr schön. Pass, pass, pass. Senna, was hast du davor? Ja, ich bin erst fucked. Oh, oh, oh. Die Weckung. Die Chin-Ult schmeckt auf jeden Fall schön bei Senna. Danke. Schade. Schade. Digga, das war so close. Das war so close, wirklich. Okay, wann wollen wir mal wieder gehen? Ich hab' ein bisschen Cash. Warum ist Dings da? Als ob ihr noch nicht Fullbild seid. Nee, mir fehlt ein bisschen noch. Boah, ich hab' nicht so viel mit irgendwas. Sehr schön. Hehehe. Also, dass die nicht... Oh, 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 ich bin tot. Guck mal, guck jetzt diese Range an, Digga. Also Senna ist jetzt langsam unangenehm, ne? Ja, weil ich schaff's auch pixel-perfect tatsächlich jedes Mal. Wohli, der Slow-Yoghe, der arme Monkey. Die arme Mahn, arme Mahn. Er flasht seine Mace mit meiner Bombe. Oh, ich hab' gedrückt. Digga, Gandalf stirbt aber auch einfach nicht. Ich hab' kein Mana. Ja, ciao. Ciao, Gandalf. Alles gut. Wo hast du jetzt anziehen? Ich kann niemanden so nicht rauspicken. Junge, was ist denn sein Problem? Was ist sein Problem? Also, legit. Der Bri ist doch maximal die Lulu. Junge. Ja, klar. Ja, okay, der Geil. Gute Nacht, Alter. Das ist alles nicht mehr. Ähm. Die Frage haben wir nicht so lange. Oh, 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 oh. Junge, der hat ja noch nicht geschaltet. Ich sehe die Dämonie. 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 Also, er hat's mit mir. Er hat's wirklich mit mir. Er will nur mich. Und ich hab' mich selber gehabt. Einfach grundlos geholfen. Und ich hab' mich selber gehabt. Einfach grundlos geholfen. Es gibt... Guckt euch mal bitte die Kill-Verteilung... Äh, die Tod-Verteilung an. Aus dem Team. Aber warum hab' ich so viel... Damage gemacht, Digga? Silja Midlane. Ich werde jetzt gleich euch wieder anmachen. Jetzt hört bitte mal... Und du willst dich anmachen? Spannend und bitte... Nothing...